moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest wir haben heute vor wieder mal die höhlen zu erkunden mit der tauchausrüstung die wir jetzt haben beziehungsweise erster was wir machen werden ist er hat mir wieder an dem ding hier fest wir haben essen dann nur ein kleines stück fleisch aber besser als gar nichts eben kurz vorm verhungern aber wir gehen heute wieder in die höhlen rein und da ist diesmal nicht so wichtig wie ab und nacht ist und so in den höhlen werden wir bestimmt auch noch ein paar stellen zu schlafen finden wahrscheinlich das wollte ich jetzt nicht um die stöcker kümmere ich mich später in einer mal was in letzter zeit los dauernd regenbogen aber wir haben den 100. tag in game wir machen mal so immer wieder voll 100 tage haben wir bisher überlebt in dem spiel also haben wir auch damit die errungenschaft bekommen schlechter vater weil wir in diesen 100 tagen und so gut wie gar nicht auf die suche nach timmy gemacht haben ich weiß auch gar nichts was zu sagen soll ich hoffe gleich noch mal zwei schildkröten auf den grill zu schmeißen und dann gehen wir los kommen schon welche liegen hier viele schildkröten na du du bist heute mein essen wir machen uns wieder dreckig dann sind wir ein bisschen besser getarnt wir legen beide drauf machen wir uns mal richtig voll und dann geht es gleich los ich habe auch gesagt heute gehen wir mal da hinten rum links rum und da war glaube ich die höhle der wasserfall höhle oder so da wird man gut tauchen wo sind wieder die schildkröten dann diesmal keine hier zu sein aber wieder ein seil mit dabei und den ding an kriegen wir noch schädel und alkohol und stoff und noch mal ein schädel naja da sind wieder die netten ureinwohner mit dem anführeinwohner und diesmal kein thrombose in der nähe beziehungsweise ich höre keinen ich komme unterwegs ja das sagt hier vorne ist eine höhle wo ist denn hier vorne bitte eine höhle wer sagt hier ist eine höhle ne das ist keine höhle wer sagt ich bin genau drüber das hier die das wache hier ist eine höhle dann markieren wir die uns auch mal war es schon und ändern das hier auch schon mal auf blau das ist jetzt nicht dass hier auch noch eine höhle ist und das ist jetzt nicht das ich habe auch noch eine komplette und ich habe auch noch eine komplette aber ich habe hier nicht mehr mal eine komplette weil die ich habe nicht mehr was anderes das ist was ist das ist das ist was hast du mit magans ankunft warte 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 das hätte die mit mehr ganz ankunft beschrieben ist kann auf einem camcorder angesehen werden das ist ein kassettenspieler aber ein camcorder ist hier ein camcorder ist auf jeden fall eine neue höhle wo wir noch nicht waren und es ist wieder licht da einer der u einwohner weiß es nicht ich sehe es nicht wo sind wir wo sind wir hier geht es auch nochmal runter wir gehen zuerst den anderen dann Was ist das? So, was passiert, wenn wir jetzt davon einen runterschmeißen? Wird jemand davon aufmerksam, von denen? Anscheinend nicht. Hören tue ich auch niemanden gerade. Hier hängt wieder jemand. Und, oh, Medikamente. Noch ein Schädel, noch ein Schädel. Oh, Snacks, Snacks. Oh, okay. Okay, hier gibt es sonst nichts, ne? Nur halt ein bisschen Medikamente und... Das war's. Oh. Ja. Okay, dann... Wieder hoch. Okay. Hm-hm. So, gleich kommen wieder die Fledermäuse Bestimmte. Jetzt ist die Frage, sind hier auch noch Mutanten eventuell? Wie reagiert da irgendwer? Das kann momentan nicht so zu sein. Boah, ist aber auch echt schwierig, wenn man so runter geht, man sieht gar nichts. Warum sind die tot? Warum sind die schon tot? Egal, für mich heißt das jetzt dann wieder Knochen. Das ist der der Armsey dieses Geräusch. So, wieso ist das jetzt auf einmal so dunkel hier? Ich glaube, ist das der Armsey dort oder dort? Das ist der Armsey. So, ich glaube, das ist der Armsey. Ich glaube, ich glaube, das ist der Armsey. Okay, wir machen uns dann nochmal ein bisschen Knochenrüstung. Und so als Reserve. Und so als Reserve. So. 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 kann man sein hier scheint keiner zu sein hoffe hier haben wir wieder 10 ich glaube wir wechseln mal lieber hier drauf und wir haben hier dynamit dynamit ist was hat das zu bedeuten dann wer hat mich gesehen so ihr bitte verprügelt gegenseitig was passiert denn da hinten seht ihr das mit dem stein hey jo fünf stück warte mal dann machen wir das warte und den hier ausrüsten lasst die alle brennen jo das heißt wieder einfaches feuer machen wir hin und wieder knochen rüstung meißen wir den mal hier drauf ich hoffe nur dass da hinten jetzt kein größerer mutant auf uns wartet und da können wir wieder darauf wechseln und hier drauf und Das war's für heute. Okay, haben wir wieder voll. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Ah, einer kommt noch. Okay. Komm. Hallo, ich will den Knochen. So, haben wir wieder 12. Machen wir mal alle drauf. Nice. Wir haben wieder 8 Knochenrüstung. Aber für Schädel haben wir keinen Platz mehr. Aber, wie es weiter in der Höhle geht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017